Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Teilen Eilen Mit meinem Kollegen Opsala 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 Der nette Herr Opsala heißt ja Kies Ja Ja klar können wir Können wir Was ist wieder vor ey Kleiner Schlager Wo kommst du da drauf Komm auf sowas Schnapper her Ich bin der Ausnehmer Ähm Oh 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 Schon wieder einer Ja Wo ist denn? Oh 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 Jetzt sind auf einmal alle weg Alle tot Was passiert Oh 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 Ich finde hier nur Slacks Oh, ich finde hier alles Miau Ich komme Ja, dann komm mal Jetzt haben wir hier Der ist auch tot. So, Moment. Ich will was machen. Und zwar... Wo ist es? Da. Ähm... Hast du jetzt alle umgebracht, da? Ich wollte eine Granate werfen. Das ist mir leichter. Ah, jetzt eine Granate werfen. Komm jetzt hoch. Super. Schau mal ran. Wieso? Ich bin grad zu schön ein bisschen. Schau mal ran. Ich muss das auch mal ran. Wow. Schau mal ran. Schau mal ran. Schau mal ran. Was halt hinter mir einer steht. Äh, hinter dir war einer. Mann, ich hab einen mit der Granate erwischt. Schau mal ran. Und ich hab beiden getrennt. Und ich hab beiden getrennt. Kann ich sie mitnehmen, der wäre gut. Ja, nee, ist klar, gerade du. Voll drauf halten. Hm. Schau mal ran. Schau mal ran. Schau mal ran. Junge. Oh. 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 Ich baller grad. Hier sind Schreier, so ein großer. Ich baller ihm gerade. Gerade das zweite Magazin in den Kopf. ich habe einen Bauplan gefunden für eine Schrottwinte. Cool, ich habe einen Bauplan gefunden für eine Schrottwinte. Cool. Ich habe eine Schrottwinte. Ach, ihr seid hier. Wer hat euch erlaubt, nicht anzutatschen? Was ist das? Ähm, Inventar. Pats, 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 was ist das? Ähm, was? Ich bin aber reich. Und zack. Was cooles. Du, verlierst du den Spielerbereich. Ups. Au. Au. Kannst du doch keine Brau schlagen. Au. 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 Nein, ich finde hier was. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Au. Ja, schon wieder abkannend und suche einen Weg zu den Slums, keine Ahnung. Wow. Oh, ein bisschen feilig. Ja. Äh, das ist ein Bomber. Äh, Moment. Jetzt nicht mehr. Die kann man gut aus dem Entfernen. Dann lassen wir uns mal weg. Oh, Pukka. Ich bin gleich tot. Oh, Pukka. Oh, Pukka. Oh, Pukka. Oh, Pukka. Ja, ja. Nein, ich will nicht handeln. Toll, keine Munition mehr. Toll, wir haben nicht mehr... Ah, doch, jetzt haben wir einen Weg. Schlachtschirm, wir müssen wirklich hier quer durch das Ding laufen. Wir müssen auch wenigstens mal was spannen. Um den Weg zu... Äh, nachzugehen. Das war's. Ich will auch was schlachten. Gleich im Weg. Klatsch, Kopf kaputt. Oh, Bomber. Ja, schieß doch mal auf den. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Einmal quer durch die Suppe. Okay. Äh... Äh... Da lang? Nein, da lang. Fuck yeah! Steht ihr wieder auf? Oh? Du musst liegen bleiben. Ja, weil mich der andere Zombie davon abgehalten hat, dem den Kopf einzutreten. Was? Deswegen ist er wieder aufgestorben. Was? Die sind hier oben. Die sind hier oben. Ich bin in Leuchte von nur 19. Die Kiste gefunden. Und unsere Waffen, äh, sind voll die... Die... Die fack... Die fackstum. Wow. Die fackstum. Die fackstum. Du bist witzig. Du bist wieder da am rumsuchen, während wir kämpfen sollen. Während wir... Während wir suchen sollen, wir müssen nur am Tor laufen. die fackstum, So, hier waren wir eigentlich ja schon im Wald drin, ne? Ich meinte eigentlich hier in den Räumen. Ja, deswegen müssen sie es reparieren. Okay. Nichts versteckt, schade. So, so, so. Da hat Zombies, da hat Zombies. Die Skinner. Bats, Kopf ab. Ich sauber sein. Äh, klar. Ist das ein Bomba? Ja, den habe ich erwischt und dann wollte ich weglaufen. Oh, direkt vor meiner Nase. Hi. Ja. Boah. 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 Boah, noch einer. Ja. Achtung, der explodiert. Ich war nicht schnell genug. Hä? Bitteschön. Wie ist das denn jetzt? Wie ist das denn jetzt? Wie ist das denn jetzt? Das ging es aber nicht. Ich habe dich geheilt. Ja, das fand ich los. Oh. Achtung, noch einer. Ja, ja. Wuh. 4 und 5 macht es Dollar verloren Warum? So Ich sollte vielleicht mal das Licht anmachen Haha Diesmal nicht, Junge Siehst du, und da läuft der schon wieder vor Aha Ich fahrf wieder mehr aus dem Aua 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 gemacht, wie es mir Geht Raus oh oh wow das kommt das Ding heute mal nicht was denn ah ah Medipack soo, komm jetzt weiter no god dam 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 noo mach nix zack zack ich komm langsam wieder ins feeling geil, die greifen, ey aua oh, mach nix agu wuh 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 Ich will nicht handeln, Mann. Was konnten die mal abstellen oder sowas? Röhrchen. Röhrchen. Ist auch ein Cocktail? Ach, der ist heilig. Nee. Brauchst du denn jetzt? Nein, bist du jetzt bei den Schweizern oder was? Nein, bist du jetzt bei den Schweizern? Ja. Wie bei den Schweizern, Schieß aufzählen! Trefft du? Ich hatte noch ein Treffen. Ich sehe, ich will nicht wie viel Leben da. Au. Ah, der hat noch viel. Ja. Okay,tay. Oh, der hat mich macht. Hat nichts fallen lassen. Okay. So. Ähm, so eine Werkbank fällt jetzt mal echt interessant. Ein bisschen Energie. Oh, noch ein Spucker. Hinter dir. Ja, ja, hab schon gemerkt. Danke für die Rettung. So. Wow. Au. Halt rein. Ah, guck mal. Okay, weiter rum. Und hier rum. Dankeschön. Alkohol. Ähm. Ich hab hier was gefunden. Ähm, was? So ein gelber Kreis davor. Was? Ein gelber Kreis. Kein guter Kreis, sondern ein gelber Kreis. Ich hab hier, du bist immer am Arsch, der wills. Wenn man hier Hilfe braucht. Und dann steht er hinter mir und blockiert mich. Das kann sich nicht mehr rein. Das kann sich nicht mehr rein. Mit die Peck mehr. Äh, da war doch gerade was. Was? Da brauchst du eine Schaufel. Für? Das können wir einschlagen. Äh, nee. Das bin ich. Wir haben Ausgang gefunden. Ach du Scheiße. Kehre zur Kirche zurück. Kein Problem. Ich muss meine Waffen reparieren. Ich bin schon längst unterwegs. Die ist ja direkt hier um die Ecke. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Noch mehr Kohle. Haha. Waffe reparieren. Wo war nochmal die Werkbank? Die Werkbank. Ich hab das mal achter. Ich hab das mal achter. Oh, war höchster Eiswahl. Ok. Okay. Zack, 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 hier auch nochmal plüllen. Jin went to share food with them. Joseph went with her. And I fear for both of them. Can you bring them back? Ja, Jin, ist das nicht die mit dem Wagen? Joseph is a good man. You must look for them. Please, hurry! Ja, ja, nerv nicht. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken hier. Welche Waffen kann ich noch upgraden? Ich sollte mal ein paar Waffen verkaufen, die ich echt nicht mehr brauche. Ich habe etwas schreckliches, das bedeutet, dass ich es geschafft habe. So. So, ah, 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 verkaufen. Wenn man mal wüsste, welche Waffe jetzt in meinem Inventar ist und welche nicht. Das sieht man hier gar nicht. Das ist es ja. Hm. 17 mal Alkohol. Also, ich muss langsam mal zu dem Typen. Wow, ich habe Diamanten. Ja. Ja. Moment mal. So. Batz, batz. Das ist ein schönes Kaufen. Inventar. Ach. Baupläne. Bolzen und Muttern. Okay. Okay. Wieso kann ich nichts bauen? Ich habe Kohle. Bauplan Zauberstab. Okay. Kaufen. Ich brauche... einmal das. So. Dann gucken wir mal, was ich hier so gucken kann. Hm. Erstmal Fähigkeit. So, Mob. So, Zauberstab. Wieso kann ich nichts bauen? Kann mir das mal einer erklären? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal die Kollegen dahin. Schauen wir mal die Kollegen dahin. Hm. Was ist das nächste Ausdauer-Ding? Okay. Was ist das nächste Ausdauer-Ding? Gucken jetzt, was ich hier noch upgraden kann. Hm. Holzknüppel, Holzknüppel, Holzknüppel genagelt. Ah. Ah. Karte... Inventar... Da. Hm. Hat erst 133. Was hat der denn? 201. Zack. Stock... Stock genagelt. Sichel... Alles hat so... Du mit deinen Nageln. Boah. Ähm. Warte mal. Ich brauche mal ein paar Waffen, die über 200 Power haben. Ähm. Ähm. Warte mal ein wenig. Ähm. Ja. Weil ich jetzt mal gerade mehr stehen. Nimm mal hier 240. 244. Machi. Der hat nur 135? Okay, dann. Nehmen wir die Machete. Zack. So, und jetzt? Ich kann wieder einen Schocker machen, aber nur einen Stockmesser, ein Tauchermesser. So. Okay, dann kannst du weiter. So, Patsch. Du bist repariert. Du, Feuste. Ich glaube, ich habe einen Tauchermesser. So. Ah, dass man keine Munition kaufen kann, ey. Ja, sofort. Okay, bist du bereit? Ja, und was haben wir hier? Ich warte nur auf dich. Okay. Wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Ähm. Damen-Schwierigkeiten, ach so. Sofort, Kauf. Bereit? Okay, dann mach das off-screen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ist da. Ist da. Klaut's ja schon wieder mein Spruch. Ok. Bis zum nächsten Mal.